Grün, grün das Gras am Ufer des Stromes, dicht, dicht die Weidenbäume im Garten, still, still die Dame im Turm. Weiß, weiß sitzt sie am Rahmen des Fensters, schön, schön ist ihr rosig gepudert Gesicht, zart, zart hebt sie die bleiche Hand. Einst war sie ein Teehausmädchen, jetzt ist sie eines fahrenden Weib. Der Fahrende ging und kehrte nicht wieder, schwer ist es allein auf einsamem Lager. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020